Hallo Nation, schauen Sie sich an, was Lars Ricken heute über den BVB gesagt hat. Aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind. Zurück zum Thema. In einem Interview mit Bild betonte Ricken seine Zufriedenheit mit der Art und Weise, wie Dortmund diesen Sommer umstrukturiert wurde und zeigte sich zuversichtlich in die Neuverpflichtungen des Vereins. Ich bin sehr zufrieden mit dem Transfer und bin überrascht, wie begeistert ich von Ihnen bin. Abschließend muss man sagen, dass wir alle die Transferziele Nummer 1 auf den jeweiligen Positionen umgesetzt haben. Bisher hat Dortmund Zerugirassi, Waldemar Anton, Jan Kuto und Pascal Groß geholt, die alle ihre eigenen Qualitäten in die Mannschaft einbringen, die sich über die gesamte Saison als nützlich erweisen werden. Mit Girassi, Groß und Anton hat der Verein erfahrene, Bundesliga-apropte Spieler geholt, die in der kommenden Saison eine große Bereicherung sein werden. Insbesondere Groß spielte auch mehrere Saisons außergewöhnlichen Fußballs für Brighton in der Premier League und gehörte zum Deutschlandkader von Julian Nagelsmann bei der EM. Mit 33 Jahren wird seine Erfahrung für eine Mannschaft, die laut Ritten in dieser Saison um Trophäen kämpfen soll, von unschätzbarem Wert sein. Theoretisch gibt es vier mögliche Titel mit Meisterschaft, Pokal, Champions League und Club-Weltmeisterschaft. Wir wollen nicht nur darum spielen, sondern auch einen gewinnen. Das ist unsere Einstellung. Ich kann keinen Titel versprechen, aber ich kann ihn auch nicht ausschließen. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren.